Seite 69 Betrachtungen zum 9. Gebot Bevor wir jedoch die volle Löse aussprechen wollen, wird es notwendig sein, noch einige Bemerkungen voranzuschicken, durch welche so manchen juridischen Vielfraßen und übergelehrten Völkerrechtsverkündigern der Mund gestopft werden soll. Denn diese könnten etwa das Besitzrecht vom Sammelrechte ableiten, wodurch sie uns wenigstens scheinbar schlagen könnten. Daher wollen wir uns auch in diesen Punkten verschanzen. Es ist allerdings nicht in Abrede zu stellen, dass jedermann vor dem Nutzungsrecht das Sammelrecht haben muss. Denn bevor sich jemand nicht mit seinen Händen und mit seiner Kraft etwas holt und zubereitet, kann er sein Nutzungsrecht nicht geltend machen. Das ist einmal richtig, bevor jemand einen Apfel in den Mund stecken will, muss er ihn vom Baum oder vom Boden lesen. Für das Sammelrecht hat er ebenfalls mehrere göttliche Urkunden aufzuweisen. Urkunde Nummer 1 sind die Augen. Mit diesen muss er schauen, wo etwas ist. Urkunde Nummer 2 sind die Füße. Mit diesen muss er sich dahin bewegen, wo etwas ist. Urkunde Nummer 3 sind die Hände. Mit denen muss er dahin greifen und nehmen, wo etwas ist. Also laut dieser Urkunde hat der Mensch vom Herrn aus das Sammelrecht als urrechtlich zu seinem unbestreitbaren Eigentum. Könnte man aber hier nicht sagen, ist das Gesammelte dann nicht vollkommen ein Eigentum dessen, der es laut seines göttlichen Sammelrechtes zu seiner Nutzung gesammelt hat? Hat nun ein jeder das Recht, seine Hände oder sein Verlangen danach zu richten, was sich sein Nächster gesammelt hat? Denn offenbar bedingt ein Recht das andere. Habe ich vom Schöpfer aus das natürliche Nutzungsrecht, das im Magen und auf der Haut geschrieben ist, so muss ich auch das Sammelrecht haben, weil ich ohne das Sammelrecht das Nutzungsrecht nicht befriedigen kann. Was nützt mir aber das Sammelrecht, wenn es mir den Bissen nicht sichert, den ich zum Munde führe? Denn so, da jedermann das Recht hat, mir den Apfel, den ich in meiner Hand laut meines Sammelrechtes aufgeklaubt habe, aus der Hand zu nehmen, weil er etwa zu bequem ist, sich selbst einen aufzuklauben, so gehe ich offenbar mit meinem Nutzungsrecht ein, ein und muss wohl oder übel verhungern. Es ist somit notwendig, dass das Sammelrecht wenigstens auf das ein Eigentumsrecht fordern kann, was es sich gesammelt hat, weil sonst an kein Nutzungsrecht ehrlicher Maßen zu denken ist. Mit dem Sammelrecht verbindet sich das Bereitungs- und Verfertigungsrecht. Ist es mir aber nicht gestattet, auf das von mir Bereitete und Verfertigte ein vollkommenes Eigentumsrecht geltend zu machen, so ist alle Tätigkeitskraft umsonst und ich bin genötigt, erstens alle essbaren Dinge heimlich rot zu verzehren und zweitens stets nackt umherzugehen. Denn so ich mir ein Kleid verfertige und ein anderer, der zu diesem Geschäft zu faul ist, nimmt es mir laut seines Nutzungsrechtes weg, frage, was sollte denn da mein eigenes Nutzungsrecht dazu für eine Miene machen. Wie ich mir in einer kälteren Gegend ein Haus erbaue und habe laut des Sammel- und Verfertigungsrechtes dabei kein Eigentumsrecht, da kann mich die nächstbeste Gesellschaft aus dem Hause treiben und selbst davon an meiner Stadt ihr Nutzrecht ausüben. Daraus aber ist ja ersichtlich, dass mit dem natürlichen Erwerbsrechte ein gewisses prerogatives, urrechtliches, in Klammern, Eigentumsrecht für den gewerbstätigen Menschen eingeräumt sein muss. Ohne ein solches Eigentumsrecht reingenommen und betrachtet, keine menschliche Gesellschaft als bestehend möglich auch nur gedacht werden kann. Ist aber nun das Sammel- und das Bereitungsrecht als vollkommen gültig eingeräumt, so muss auch ein Fleck Grundes, auf dem ich eine Saat angebaut, wie ein Baum, den ich gepflanzt und veredelt habe, mir prerogativ als Eigentum eingeantwortet sein. Frage aber weiter, wer antwortet mir solches ein, bei Beginn einer Kolonie? Die Sache lässt sich leicht erklären. Die Kolonisten wählen aus ihrer Mitte einen von jeder Habsucht ledigen und zugleich weisesten Chef. Diesem räumen sie die Austeilungs- und somit auch die Einantwortungsrechte ein, unter der gegenseitigen eidlichen Schutzversicherung zur Aufrechterhaltung und Befolgung seines Spruches. Dieser Versicherung zufolge wird ein oder der andere, sich widersetzende, von den Ordnungsliebenden in die Schranken des Spruches von Seiten des Oberhauptes zurückgewiesen. Auf die Mittel wie oder wodurch kommt es nicht an, denn diese können und müssen erst nach dem Grade der Widerspenstlichkeit bestimmt und dann gehandhabt werden. Wer sieht hier nicht auf den ersten Augenblick die Unterwürfigkeit und die erste monarchische Gründung eines Staates? Wer aber sieht auch nicht zugleich ein, dass sobald das Sammel, das Erwerbs- und Bereitungsrecht mit einem prerogativen Eigentumsrecht systematisch verbunden ist, niemandem auf seinem ihm zuerkannten Eigentum das Sammel-, Erwerbs- und Bereitungsrecht beschränkt werden kann. Im Gegenteil muss dem leitenden Chef ja nur vorzugsweise daran gelegen sein, seine Leitlinge so viel als möglich zum Sammel- und Bereitungsfleiße auf ihren eigentümlich eingeräumten Besitzungen anzuspornen. Und je mehr sich jemand auf seinem Besitz-Tumut durch Fleiß erwirbt, in eine desto angenehmere Lage versetzt er sich, seinem Nutzungsrechte die unbeschränkte Gewähr zu leisten. Ist aber einmal dieses Eigentumsrecht zur Sicherung des Sammelerwerbs- und Nutzrechtes notwendig festgestellt, so zieht dieses Recht zwangsläufig das Hutrecht nach sich. Denn ohne dieses Recht ist keiner ein eigentumsberechtigter Besitzer des ihm vom Chef eingeantworteten Eigentums. Dieses Hutrecht aber setzt zuerst eine genaue Vermessung des Besitztums voraus. Sind die Grenzen einmal festgezogen, dann erst kann an jeder Besitzer von dem Hutrechte oder dem Rechte der Verteidigung seines Eigentums Gebrauch machen. Hutrecht-Hütrecht Dieses Hutrecht ist aber ohne bevollmächtigte Hüter nicht durchführbar. Es müssen also Wehrmänner aufgestellt werden, welche das unbeschränkte Recht haben, die Grenzen eines jeden zu sichern. Sie müssen daher das Exekutionsrecht haben, also ein Straf-, ein Straf- oder Züchtigungsrecht. Wer aber sollte diese Wehrmänner leiten? Sicher niemand anderer als der, die ganze Kolonie leitende Chef. Hier haben wir also notwendig die Entstehung des Militärstandes. Zugleich aber auch die Feststellung einer unbeschränkten Macht des Chefs, der nun schon durch die Wehrmänner gebieten und seine Gebote sanktionieren kann. Haben wir es so weit gebracht, wer kann da noch auftreten und sagen, die gegenwärtigen Staatsverfassungen sind nicht auf diesen göttlichen Rechten basiert? Ja, es ist einem Kritiker alles Recht, nur kann er das Obereigentumsrecht des Monarchen noch nicht begreifen. Ich aber sage, hat man das Frühere so erwiesen, was bei weitem schwieriger war, so lässt sich das Obereigentumsrecht eines Monarchen daneben mit einer Schlafmütze beweisen. Wir wollen sehen, wer nun von Seiten der Weisheit des leitenden Chefs alles eigentumsberechtigt ist und dem Chef zur Bewachung des Besitztums der Kolonisten allzeit einsatzfähige Wehrmänner an die Seite bestellt sind, hat da der Chef nicht ein zweifaches Recht, die durch seine Weisheit beglückten Kolonisten zu fragen und zu sagen, ich bin in eurer Mitte, habe durch meine Weisheit für euch gesorgt und ihr habt mich eben darum zum leitenden Chef gemacht, weil ihr mich als den am wenigsten habsüchtigen Mann unter euch wohl erkannt habt. Ich habe so nach das Land unter euch gerecht verteilt und schütze nun mit meiner Weisheit und mit den weise geleiteten Wehrmännern euer Eigentum. Aber bei der Verteilung habe ich zufolge meiner Habsuchtslosigkeit mich selbst ganz vergessen. Ihr werdet aber sicher allen sehen, so euch an meiner ferneren weisen Leitung notwendig etwas gelegen sein muss, dass ich von der Luft nicht leben kann. Was soll ich denn hernach zu meinem Unterhalt haben, um leben zu können? Zeit zum Sammeln habe ich keine, denn ich muss meine Zeit zum steten Nachdenken verwenden, wie sich euer Besitztum fortwährend sichern lassen möchte. Ihr werdet also einsehen, dass ein treuer Arbeiter auch seines Lohnes wert ist. Daher verordne ich, dass ihr miteinander darüber übereinkommet, mir aus eurem eigentümlich gesicherten Vorrate einen Unterhalt zu verschaffen. Ich kann das von euch mit umso größeren Rechten beanspruchen, als die Erhaltung eures gegenseitigen Eigentumsrechts lediglich von meiner Erhaltung abhängt. Neben meiner Erhaltung aber ist noch die andere, euer Eigentum sichernde Erhaltung der Wehrmannschaft vonnöten, denn auch sie hat nicht Zeit zum Arbeiten, indem sie eure Grenzen in guter Ordnung bewachen muss. Euer eigenes Heil und Wohl müssen es euch so nach vor die Augen stellen, dass ich und die Wachmannschaft euch gegenüber erwerbslos dastehen und dass darum ein jeder aus euch zur festen Gründung seines eigenen Wohles sich zu einer bestimmten Steuerung an mich bequemen müssen. Diese ausgesprochene Forderung erscheint allen Kolonisten vollkommen rechtlich und billig und sie bequemen sich zur Steuerung. Auf diese Weise hat der leitende Chef schon sein erstes, natürliches, wenn schon nicht ober, so doch Miteigentumsrecht bei allen Kolonisten geltend gemacht. Zwischen dem Miteigentumsrecht und dem Obereigentumsrecht aber ist eine so kleine Pflucht, dass über sie sogar das kleinste Kind dem anderen in den Sack greifen kann. Der Chef braucht hier bloß zu sagen, meine lieben Kolonisten, es kann euch nicht unbekannt sein, dass sich uns gegenüber noch eine andere Kolonie uns gleichermaßen selbsthaft gemacht hat. Um uns aber vor ihr zu schützen, müsstet ihr mir das uneingeschränkte Recht in allem einen antworten, so dass ich im Notfalle als euer Chef gewisser Art als Obereigentümer eures Eigentums dastehe und in einem solchen Falle die Außengrenzen nach meiner weisen Einsicht befestigen kann. Ich muss das Recht haben, in euer aller Namen zu eurem Wohle mit einer fremden Nation, falls sie mächtiger sein sollte als wir, zweckmäßig zu unterhandeln. Ferner müsstet ihr als die meiner leitenden bedürftigen Kolonisten aus dem leicht verständlichen Grunde auch einsehen, dass ich als euer Haupt in eurer Mitte einen festen Ort erbaut haben muss, in dem ich mich vor allem zu eurer Erhaltung notwendig schützen und erhalten kann. Aber es ist zu meiner, für euer wohlberechtigten Sicherheit nicht genug, dass ihr mir ein Wohnhaus errichtet, sondern um mein Wohnhaus her müssen in gerechter Anzahl noch andere Wohnhäuser zur Aufnahme der lediglich von meiner Leitung abhängigen Wehr- und Hutmannschaft errichtet werden. Das heißt mit anderen Worten, ihr müsst mir in eurer Mitte eine feste Wohnstätte in Klammern Residenz erbauen, in welcher ich völlig gesichert bin, sowohl vor Fremden als auch vor euren möglicherweise eigenen Angriffen. Wir sehen hier mit klarem Augenlichte, wie der Monarch sich notwendigerweise zum Obereigentümer eines Landes stempelt. Aber das sei nicht hinreichend. Wir wollen noch andere Gründe vernehmen, und zwar aus dem Munde des Gründers selbst, denn er spricht Ferner. Meine lieben Kolonisten, den unumstößlichen Grund für die Errichtung eines festen Wohnplatzes für mich in eurer Mitte habe ich zu eurer allen Sicht dargetan. Also hättet ihr den ersten Grund. Hört mich aber weiter an. Das Land ist weit gedehnt. Es ist unmöglich, dass ich überall selbst sein kann. Daher will ich mit euch eine Prüfung halten und werde aus euch die Weiseren als meine Amtsführer und Stellvertreter im Lande verteilen. Diesen Stellvertretern ist dann jedermann zu seinem eigenen Wohle demselben Gehorsam schuldig wie mir selbst. Sollte jedoch einem oder dem anderen Untertanen meiner weisen Leitung von diesen meinen erwählten Amtsleuten ein vermeintliches Unrecht zugefügt worden sein, so hat in diesem Falle ein jeder das Recht, seine Beschwerde bei mir anzubringen, wo er dann versichert sein kann, dass ihm nach Umstand der Sache das vollkommene Recht zuteil wird. Dagegen müsstet ihr mir aber eben zu eurem eigenen Wohle, damit allen Streitigkeiten vorgebeugt werde, die treueste und gewissenhafteste Versicherung geben, euch ohne die geringste fernere Widerrede meinem Endurteil willig zu fügen. Im entgegengesetzten Falle muss mir zum Wohle aller ebenfalls das unbestreitbare Recht von allen zugesichert werden, einen gegen mein Endurteil widerspenstigen, mit züchtigender Gewalt zur Befolgung meines Willens zu nötigen. Wenn dieses alles in der Ordnung errichtet und gehandhabt wird, dann erst werdet ihr ein wahrhaft glückliches Volk sein. Wir sehen hier einen zweiten von allen früheren abgeleiteten Schritt. Nummer 1 zur Alleinherrschaft und Nummer 2 zum ober-eigentümlichen Besitze des ganzen Landes. Und also hätten wir den ersten vollkommen in der Natur der Sache begründeten Grund auf diese Weise unwiderlegbar zur Schau gestellt. Dieser Grund kann der natürliche, von der menschlichen Gesellschaft abgeleitete Notwendige genannt werden. Aber es wird da jemand sagen, solches alles ist an und für sich ebenso naturgerecht richtig, als wie sicher und gewiss der Mensch der Augen zum Sehen und der Ohren zum Hören bedarf. Wir sehen diese an sich noch ganz rohen Kolonisten an und erblicken sie im Ernste aller Tätigst und voll Gehorsam gegen ihren Leiter. Aber aus eben diesem Gehorsam fangen die Kolonisten an, sich mit der Zeit vor ihrem Leiter mehr und mehr zu fürchten. Und in dieser Furcht fragen bald der eine, bald der andere sich gegenseitig, woran liegt es denn, dass unter uns allein dieser Mensch so außerordentlich gescheit ist und wir alle gegen ihn als wahrhafte Teufel zu betrachten sind. Diese Frage, so gering und unscheinbar sie im Anfang erscheint, ist von außerordentlicher Wichtigkeit und drückt in ihrer Beantwortung erst den Umstand der Alleinherrschaft und des Obereigentums eines Monarchschen, das unverletzbare Amtssigil auf. Das klingt sonderbar, dürfte so mancher im Voraus sagen. Allein nur eine kleine Geduld und wir werden die Sache so gleich in einem anderen Lichte erschauen.